Ich bin ein Foto von einer Frau und ihrem Kind wahrscheinlich. Okay. Da ist noch... Ich kam ja von da, oder? Ja, auf... Warte, vielleicht muss ich das... Ich will da reingucken. Geh zu. Und du geh auf. Denn geh ihm nicht auf. Okay. Von wo bin ich denn jetzt hier nochmal reingekommen? Ich bin doch hier gerade irgendwo reingekommen. Hä? Dann war das also durch die Tür, oder wie? Verstehe ich nicht. Okay, vielleicht bin ich gerade tatsächlich mal wieder zu dämlich dafür. Oder... Ich habe keine Ahnung. Darf ich mal? Das hat auch am Anfang so schön geklappt. Ich... Oh, ich darf Fenster rennen. Nö, okay. Dann nicht. Ich bin doch noch da. oh nee ok oh nein oh nein geh weg nein 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 du siehst mich nicht oh mein gott ich ahne schlimme hilfe kann ich mich irgendwo verstecken nein lass mich in rufe oh mein gott ich war wahrscheinlich eh zu langsam ist ja nicht so als hätte ich angst oder so ne aber vielleicht ein bisschen doch die weg ich glaube ich habe jetzt wieder wie wir in der anderen station komplett weg das ist doch bestimmt dasselbe viel zumindest stampft das genauso wie das wieder wo kesseln war das war doch vorhin noch nicht offen oder nein nein wie kann ich denn noch mal rennen ich habe vergessen wie ich renne so bin ich okay der sieht mich ja immer gleich das ist ja scheiße darf ich in den raum also nicht rein so ein käse kack und nun wenn ein paar Tage die ganze Jahre wenn ich hier los ich traue mich nicht das Licht anzumachen ich habe Angst dass er uns dann schneller sieht nein Hilfe was macht er da einfach fix in den Raum rein und wegrennen ja wo soll ich denn hinrennen ich glaube ich muss schon in den Raum reingehen alter okay ist das also das Vieh was ich auf Seppen kann oh man nein komm du kommst hier nicht her du kannst mich hier nicht sehen geh weg oh mein Gott bitte Boah wenn er sich eh seppen kann vielleicht kommt Hilfe Angst ja mach dir nichts raus Ria meinem Herz geht es nicht anders okay jetzt ist kurz wieder Ruhe oder ich bin eine Blume ich hab nichts gemacht die Frage ist wo treibt er sich denn rum und wo muss ich hin so in dem Raum muss er offensichtlich nichts machen okay ich bin hier zumindest schon mal drin wow ach nein wieso mach doch nicht sowas Hilfe ist hier meine beliebte ich verstecke mich ecke ey in dem Tempo werde ich hier nie weiter kommen so ein Dreck alter boah was mach ich denn mit ihm SIS Lubsch Auge keine Ahnung was ist denn mit dem ob ich eigentlich genauso aus wie wie der sieht ja aus als hätte er so ein Taucherhelm auf so ein leuchtenden vielleicht sehe ich auch schon so aus wie er boah das verwirrt mich jetzt ich weiß nicht genau was ich machen soll nee ich bin gar nicht da was hätte von der Geschichte die geht mir jetzt gerade so ein bisschen auf den Sack ich frage ist tut er mir überhaupt was oder habe ich einfach nur Angst vor ihm okay wir werden es gleich wissen gut ja er tut mir was ja schön dass wir das jetzt zumindest wissen boah na super und jetzt wo war hier nochmal eine Blume ich sehe es schon kommen wir müssen gleich das alles nochmal spielen also ich weiß ja nicht wie es euch geht aber ich sehe gerade nicht so viel Licht anmachen würde helfen ja wahrscheinlich eh alles scheißegal aber auch nicht ah lass mich doch einfach in Ruhe ach jetzt bin ich schon wieder hier ich verstecke mich unterm Tisch ich habe mich unterm Tisch versteckt du siehst mich nicht nein oh Gott ich glaube ich bin echt gut das war so klar oh mein Gott hm okay wie komme ich denn an dem vorbei das ist ja grausam das nervt mich jetzt das nervt mich gerade richtig ich weiß gar nicht einfach geradeaus in dem Bereich kam man da so einfach weiter das weiß ich jetzt gar nicht zum Glück sind wir gleich hier ich hätte jetzt angekotzt den ganzen unterwasser weg nochmal gehen zu müssen ich bin bisschen breiter also du auch hier okay jetzt werde ich schon wieder friedlich ach zum Glück tatsächlich die Tür ist da noch gar nicht auf ja meine Lieblingsversteck ecke sie tut zumindest ihre Dienste egal wie ich muss jetzt mir hier den Weg durchbahnen so ne kacke Mensch nervt mich das gerade das Vieh ist anstrengend nein du siehst mich nicht du bist blind du scheinst 2000 Augen zu haben aber du bist blind zumindest meine Realität blöd du bist blind die Dienste die Dienste ist ihr jetzt gegen ja nein geh weg lasst mich in Ruhe ich habe nichts gemacht ich meine okay ich habe die Tür zugemacht aber das war nur der Wind äh der Wasser Stromstoß und so lassen mich in Ruhe ich will hier weg kann sie nur um jahre handeln also hey die Welt die Welt um aufgrund der diese schöne Kombinationen umgeduldig werden nicht aufregen über das Spiel so kommt man definitiv weiter funktioniert immer früher oder später so das Krisen ist zumindest weg haben wir jetzt Glück ist er weg okay ich würde es nämlich einfach mal versuchen gerade durch und dann halt nach links nach rechts war das glaube ich oh man er öffnet hier auch voll alle Türen einfach als wäre er hier zu Hause bin ich ein Bier und so oder wie habe ich heute verpasst ich weiß nicht wo ich hin muss ich gehe einfach den roten Lichtern hinterher dann in wohnen Köln es ist auch muss man mitnehmen ich habe hier noch nicht reingekommen sieht aber nicht so aus, als wäre hier etwas wichtiges Nein! Geh weg! Oh komm schon bitte! Lass mich in Ruhe! Aber zumindest hier gleich, ja da ist eine Pflanze Ah ja! Hey, zumindest ist da gleich eine Pflanze Ist ja cool, zumindest halt Jetzt machen wir die Magans dazu Und können wenigstens so tätigen und so War auch sehr vertrauensabhängig ist, ich meine, ne Ich steck meine Hand auch immer an irgendwelche Pflanzen oder generell Wenn es mir nicht gut geht, das hört sich falsch an Oh, der hat mich gesehen Oh nein! Geh weg! Geh weg! Du bist nicht meine Mami! Verschwinde! Mensch ist das Vieh auf Agro, ne? Das macht mich langsam auch schon ganz schön wütend Ich will doch irgendwo raus! Vielleicht sollte ich auf und zurück holen Wahrscheinlich hört er mich sogar Was Blödsinn ist, ich weiß aber Was Blödsinn ist, ich weiß aber So, ich und meine Orientierung sind von wo kamen wir denn jetzt? Hey, so sieht's neu aus Die grausame Musik hört doch auf! Ach, und hier wollte ich die Scheibe einschlagen! Ach toll! Okay, das gucke ich mir gleich an Obwohl, will ich hier überhaupt hin? Hier kommt so wieder diese komische Musik wieder Kein Schädel Tut mir leid, dass du tot bist Schlaf weiter Nein! Oh, das ist doch jetzt nicht wahr Oh man, das hab ich jetzt davon Oh Gott, nein! Hey, ich hab auch echt gedacht, ich bin in Sicherheit, ne? Verdammt nochmal! Alter! Das Schlagern ist aber auch mehr als schön Das Schlagern ist aber auch mehr als schön Das Schlagern ist aber auch mehr als schön Hallo? Nein! Geh weg! Alter, wie lange muss man sich denn vor dem verstecken? Jetzt habe ich wahrscheinlich Pechenlärten zu sehen, ne? Alter! Immer wenn das so doll ruckelt, habe ich das Gefühl so, dass ich selber automatisch vorgehe Was ja Schwachsinn ist, aber kommt immer so rüber Dann habe ich immer automatisch das Bedürfnis nach hinten zu gehen Jetzt geh doch mal weg! Ich brauche hier auch mal ein bisschen Luft, Alter! Ich brauche hier auch mal ein bisschen Luft, Alter! Das scheint den nicht so sonderlich zu interessieren Das ist halt einfach mal ein bisschen Luft, Alter! Das ist nicht so pflichtig Ich brauche das, was ich hier mal an die soll ja so viel zu dem Thema Ruhe also ne ja ach ey hör mir doch auf ne das geht mir grad ziemlich auf den Sack alter ich häng fest und komm hier nicht weg lalalalalala das nervt mich nicht mehr oh mann passt es jetzt mann lass mich doch einfach in Ruhe echt ne blöder Kackarsch mann oh toll da unten gehts noch weiter oder geht zumindest so aus ich bezweifle zwar dass wir durchkommen aber ey hätte ich ja jetzt nicht für möglich gehalten dass er mich jetzt doch noch sieht wie schön oh hier komm ich nicht weiter ey wie lange soll ich mich denn hier noch verstecken das ist doch jetzt echt unfair ich muss doch wohl wenigstens noch einmal zu diesem dünnen Rad kommen das ist nicht nett das frustriert mich gerade ein wenig nur ein wenig so bist du da jetzt weg ey ich hoffe wenn ich jetzt hier gleich wieder zurück rennen muss ne dann kriege ich ne Krise ok ist hier irgendwas erwähnenswertes ach warum guck ich mich denn überhaupt schon wieder um genau lass mich hier los nein 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 boah geh weg kusch du siehst mich nicht ich bin nicht hier oh wenn er mich jetzt erwischt bin ich tot verschwinde verschwinde habe ich gesagt hör auf mich kusch ab bello hau ab pssch boah macht mich das sauer der soll mich in ruhe lassen los schnell raus hier zack 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 mach hin halt dich hier nicht mehr so lange auf abflug so kann ich hier nicht irgendwie eine Luke zumachen warum nicht ich will nicht mehr dass der um mich rum kraut oh ladebildschirm zumindest wenn ich jetzt sterbe bin ich hier halt und so ist hier irgendwas erwähnenswertes ich glaube nicht ja scheint nicht so alter ich mag hier nicht mehr unter Wasser rumlaufen ich sag ja ich hasse Wasserlevel hier sieht es doch schon wieder voll so aus als wenn der gleich wiederkommt ich will das nicht mehr cool ne Unterwassertoilette das ist ja toll was denn mit der Toilette passiert was das Verspecken ist ja da genauso ist ja krass so für alle Lebenslagen oder wie muss ich das verstehen ok ich wollte sagen kann man da runter aber jetzt habe ich mich ja gerade echt verguckt warum habe ich nur das Gefühl dass dieses blöde Vieh gleich wiederkommt öffnen oh wahrscheinlich weil mein Bildschirm schon wieder flackert und das wahrscheinlich sogar stimmt ich bin genau genau vor mir cool ich renne einfach weg und 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 mach die Tutu ok ich mach's halt nicht ganz zu ich hätte mich vielleicht in der anderen Ecke verstecken was ist das anstrengend und da war es ein Level mit Stressfaktor und so nein na guck weg oh nein ich sehe ihn ja auch immer nicht lang genug aber ist das nicht auch eine komische Typ im Taucheranzug und hat Cashin nicht gesagt wir sind auch irgendwie so ein komischer Typ im Taucheranzug wer weiß vielleicht sind wir das ja selber oder so hier ist wahrscheinlich alles möglich geh jetzt weg lass mich in Ruhe oh man oh man also ok schnell 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 ich hoffe ich bin jetzt hier richtig nein 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 ok weg oh Gott вс schuss schuss mal noch einmal meint das sind ja ja ich weiß er sieht mich ja immer gleich alter es nervt oh mann wie lange geht das jetzt schon so ich habe jetzt keine Ahnung wie lange wir spielen aber wie lange geht das jetzt schon so Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das schon ziemlich anstrengend. Belastend, nervig. Kacke, einfach. Entschuldige die Ausdrucksweise, aber mein Frisse. Ja, 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 ja. Okay. Danke der Nachfrage. Ich habe keinen Bedarf. Mann. Ich muss ja anscheinend auf dem richtigen Weg sein, sonst würde er ja hier nicht, das war ja in der unteren Ebene genauso. Immer da, wo am meisten rumkraut, genau da müssen wir wahrscheinlich lang. Aber wenn er da nicht weggeht, wie soll man denn da durchkommen? Uhu. Ja, schön, wenn er da nicht weggeht. Mann, was soll ich denn machen? Ach. Oder ob ich ihn vielleicht einmaue? Vielleicht muss ich das sogar... Ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Wo ich hin muss? Lüfe! Okay. Oh, na super. Und ich sitze jetzt hier oben und... Schön, ich kann hier nicht weg. Ach, leck mich am Arsch. Ach, schön. Oh. Das habe ich ausgehalten. Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Also heile ich mich nach einer gewissen Zeit auch selber. Ich hätte ja auch einfach durch die Tür gehen können, ne? Wieso bin ich denn nicht gleich auf die Idee gekommen? Oh, tut so. Was eh voll scheißegal ist, weil der Typ eh immer da auftaucht, wo ihn keiner braucht. Ich laufe ziemlich schwank, und so ist er echt besoffen. F3. Vorhin war ich bei F2, ne, oder? Los, ich brauche einen Minipack. Dann geht's nicht gut. Hilfe. Nee, ich will hier auch nicht. Ich würde mir das gerne anhören, was die da quatschen, aber ich habe Angst, dass sie uns dann wieder erwischt. Also laufe ich einfach mal weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier richtig bin. Wahrscheinlich nicht. Okay, vielleicht sollte ich auch nicht so rumrennen, aber ich bin so ungeduldig. Ich will hier raus. Wo bin ich denn jetzt? Oh, da ist eine Heilungsblume. Oder? Nein, doch nicht. Kühlflüssigkeit effizient 99. Ich mach einfach alles kaputt. Reaktor... Temperatur stabil? Okay.